Das war aber ein langer Himmelswasser-Guss letzte Nacht. Jap, jap, jap. Naja, Himmelswasser gar nicht schlecht, wenn nicht so nass wär. Ach, Petri, die große helle Scheibe ist wieder da und sie wird alles ganz trocken machen. Stimmt's, Zera? Das will ich hoffen, Littlefoot. Meine Baumsterne sind ganz matschig. Hey, diese Baumsterne waren nicht für euch gedacht. Das war nicht nett. Nein, nein, nein. Was? Hey, ihr! Ja, die Baumsterne, die euch nicht gehören, gehören euch nicht, klar? Oh, vielen Dank, Ruby. Deine laute Stimme hat in Kuppelköpfen Angst eingejagt. Äh, danke für dein Dankeschön, Ducky. Baumsterne miteinander zu teilen macht Spaß. Jap, jap, jap. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hallo, Ruby. Hi. Hey, Jumper. Was ist denn los? Ach, na ja, eigentlich nicht viel. Ich muss nur eine neue Höhle finden. Hä? Immer stimmt irgendwas mit Chompers Höhle nicht. Jap, jap, jap. Nein, nicht immer. Ruby und ich sind sehr froh, dass eure Familien uns die geheimen Höhlen überlassen haben. Besonders wegen Rotklau und seiner Schnellschnapper, die sich im geheimnisvollen Jenseits rumtreiben. Schön. Und was ist diesmal mit eurer Höhle, Jumper? Na ja, sie leckt. Es ist eine Höhle. So schlimm kann das doch nicht sein. Kommt mit, ich zeig's euch. Mit dem großen Himmelswasser letzte Nacht kam auch das Wasser von der Decke. Ich könnte bei den Geräuschen auch nicht schlafen. Nein, nein, nein. Die letzte Nacht war schrecklich. Ja. Vielleicht hätten wir hier nicht so viel Wasser, wenn Jumper nicht diese Löcher gemacht hätte. Ja. Ja, also, ich würde sagen, wir machen uns einfach auf die Suche nach einer neuen Höhle. Hier unten? Petri kriegt gu-gu-großes Angst. Ich weiß nicht, Jumper. Es wird Spaß machen. Ein Abenteuer. Auf Abenteuerreise gehen ist wunderbar und wunderschön. Ich möchte neue Dinge sehen, eine Höhle suche ich mir. Ich weiß nicht, wenn man nicht in der Welt steht. Du hast die besten Freunde, das sind wir. Wenn du mit dir. Wenn du gehst, hoffa gehen wir. Mit dir. Auf Abenteuerreise mit dir. Hierzu dunkel. Wir besser gehen zurück. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Na schön, aber in dieser Richtung ist die Luft frischer. Ich würde sagen, wir gehen da lang, wo wir am besten sehen können. Hey, Spike, super gemacht. Ja. Ja, toll. Wenn wir den Weg gehen, den wir sehen können, dann sehen wir den Weg, den wir gehen können. Sarah? Also, ich denke... Alles klar. Dann gehen wir hier lang. Ruby, du hast dasselbe wie ich gesagt, nur viel größer. Und alle haben dir zugehört. Wenn ich so groß reden könnte, dann würden mir auch alle zuhören. Das wäre sehr schön. Solange du nicht so laut bist, dass alle einen Schreck bekommen. Wie die Rotklaue? Ja, so wie Rotklaue. Wie die Rotklaue? Die Höhle ist viel zu klein. Und der Weg ist viel zu halperig. Die Höhle schnuffelt komiklich. Oh. Nicht gleich aufgeben. Wir finden schon noch eine gute Höhle. Eine gute Höhle? Ich glaube, das können wir vergessen. Hey, Leute, das müsst ihr euch ansehen. So interessant ist dein Schwänzchen nun auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Mir nach, Freunde. Was ist das hier für ein Ort? Das ist eine Höhle der vielen Stimmen. Hört mal her. Hallo. 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 Wow, sie antwortet. Das muss ich auch versuchen. Hauga. Hauga. Oh nein, was ist das? Wow, das war ja richtig laut, Ducky. Ja, ich bin beeindruckt. Oh, jetzt klinge ich auch richtig groß. Ja, ja, ja. Wenn ich hier drin laut sein kann, Ruby, vielleicht kannst du mir zeigen, wie das auch im großen Tal geht. Du glaubst, dass ich so laut rede, weil ich größer bin als du? Aber wenn du größer wärst als du, dann würdest du auch lauter sein. Glaub mir. Hm? Aber dann wäre es nicht mehr so laut für dich. Also, willst du mir helfen, lauter zu sprechen? Bitte? Nun ja, ich kann es ja versuchen. Ich große Flieger, Flieger, Flieger. Wuhu, 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 Wuhu. Hey, Freunde, von dem vielen Rufen habe ich Durst bekommen. Und Hunger auch. Was glotzt du mich so an? Jomper? Draußen in Großes Tal habe ich Nest mit stinkende Summedinger gesehen. Das wird dich gefallen. Hey, das klingt super toll. Na dann los. Danke, Pietri. Diese stinkenden Summedinger waren zwar scharf, aber gut. Ich nicht gerne Einzelheiten hören, aber gern geschehen. Hey, wer hat Lust, noch ein paar Höhlen auszukundschaften? Hey, wir essen noch, Jomper. Ihr Flachzähne braucht aber ganz schön lange fürs Essen. Ähm, Jomper, ähm, geh doch schon mal vor, wir holen dich dann ein. Ja, alles klar, Littlefoot. Äh, wo, Ruby und Ducky? Ducky, ich habe darüber nachgedacht, also hör mir gut zu. Um groß zu sprechen, musst du dich auch groß fühlen. Also, wenn du groß denkst, dann redest du auch wie ein Großer. Ich könnte an große Sachen denken, wie diesen Baum. Der ist groß. Gut, und jetzt sei der Baum. Oh, ich kann doch kein Baum sein. Nein, nein, nein. Aber du kannst dir vorstellen, so groß wie der Baum zu sein, richtig? Oh. Na gut, ich stelle es mir vor. Ich bin ein Baum. Sehr schön. Und jetzt, wo du dich groß fühlst, sprich auch groß, Ducky. Etwa so. Erstmal atmest du tief ein. Jee. Gut, das machst du schon ganz fein. Und nun reck dich, du wirst sehen. Jetzt wird's gleich viel besser gehen. Ich spreche groß. Groß? Groß wie ein großer Baum. Wie der Saurierfelsen, so groß. Ja, so groß wie es so geht. Ich spreche groß und laut. Komm, versuchen wir's nochmal. Ruf ganz laut ins große Tal. Deine Stimme macht dich stolz. Du bist aus besonderem Holz. Ich spreche laut. Richtig laut und groß. Wie ein großer Baum. Ja, man glaubt es kaum. Wie ein Felsen, so groß. Groß wie das größte Groß. Ich bin riesengroß. Hey, hier ist was los. Du sprichst laut und groß. Danke, Ruby. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hey, Ruby. Äh, Ducky? Kann ich ein paar Baumsterne haben? Na ja, klar. Hier. Hey, versuchst du irgendwie anders zu sprechen, Ducky? Ja, das tue ich. Oh ja, ja. Ich meine... Ja, Zera. Seit ich mich groß fühle, spreche ich auch größer und lauter. Na ja, es würde helfen, wenn du ein kleines bisschen länger wärst. Eines Tages wird sie auch größer sein. Freunde! Hey, Freunde! Stellt euch vor, ich habe eine tolle neue Höhle gefunden. Kommt mit, sie müsste euch ansehen. Äh, tja, Chomper, die ist, na ja, ganz nett. Ja, irgendwie sehr höhlich. Schön, dass sie euch auch gefällt. Das Beste daran ist, keine Steinzähne. Uiuiui, klingt, als wäre noch jemand anders in den Geheimhöhlen. Tja, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wer das ist. Das Loch, das Spike gemacht hat, sieht jetzt viel größer aus. Da draußen ist das geheimnisvolle Jenseits und... Oh nein, das ist Rotklaue. Und ein Nelschnapper. Los kommt, die dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Der Schafzahn darf nicht hier drin bleiben. Nein, nein, nein. Jetzt schrei hier nicht so rum, Ducky. Oh, Vera! Vigia! Hier! Da rein! Los, schnell! Wie kriegen wir die Schachzähne bloß aus den geheimen Höhlen raus? Wir dürfen sie auf keinen Fall ins große Tal lassen. Sie müssen da wieder raus, wo sie reingekommen sind. Ja, genau, Spike. Dann können wir mit den ranken Steinen nach unten rollen lassen und den Eingang verschließen. Los, wieder nach! Und jetzt? Vielleicht können Ruby und ich Rotklaue aufhalten, während ihr Hilfe holt. Ihn aufhalten? Wie ein Appetithäppchen? Hör zu, wir müssen zusammenhalten. Wenn die Höhle der vielen Stimmen unsere Körper nur auch so groß machen könnte wie unsere Stimmen. Ducky, das ist es! Wisst ihr noch, wie das Echo Petri Angst eingejagt hat? Oh, ich noch ganz genau weiß. Wenn ihr Rotklaue und seine Schnellschnapper irgendwie in die Höhle der vielen Stimmen locken könntet, können wir von drinnen tun, als wären wir ganz viele. Und vor allem viel größer. Wir brüllen, als ob wir größer und stinke-sauer wären. Ist kein Problem. Kein Problem für dir. Darlum! Nicht bewegen. Wenn wir ganz still stehen, kann uns Rotklaue nicht sehen. Ja, aber er kann uns immer noch wiegen. Hey, wir sind schon fast in der Höhle der vielen Stimmen. Ja, das sind wir. Aber der Scharfzahn wird uns sehen, wenn wir da lang gehen. Mich sieht er vielleicht nicht. Ich bin ja ganz klein. Das ist Ducky. Sie hat es geschafft. Scharfzahn ganz verwirrt. Das ist unsere Chance. Hauga! 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 Ducky, du hast mit deinem Gebrüll dem Scharfzahn Angst gemacht. Ich bin klein, aber ich kann mir vorstellen, groß zu sein. Und jetzt können wir alle zusammen brüllen. Es hat geklappt. Schnellschnapper sind weggerennt. Chomper, du kannst mit dem Scharfzahn sprechen. Sag ihm, er muss verschwinden, weil eine große verärgerte Herde unterwegs hierher ist. Alles klar. Wir sind riesengroß und wir sind stinkesauer! Ja! Sauer! 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 Ja! 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 Rotklaue weggelauft! Rotklaue weggelauft! Los, schnell! Wir müssen das Loch wieder verschließen! So, und jetzt schnappt euch alle eine Ranke und zieht! Jetzt, wo Rotklaue nicht mehr hier ist, ist es eine super tolle Höhle! Du warst sehr tapfer und mutig, Ducky! Ja! Ohne deine Anschleichung, wir hätten nie geschafft, in die Höhle herein! Mhm! Manchmal ist es wirklich besser, klein zu sein als groß. Aber eins weiß ich, tief in mir drin werde ich immer groß sein! Jap, jap, jap! Aber jetzt schnappt euch nur einen anderen! Ja! Der ist ja noch! Dann musst du mir niemals aufhören! Du bist und schnappt euch immer noch! Waszać dich doch einfach in der Òle ist? Ohne das? Was tut es fiel! Du bist! Untertitelung des ZDF, 2020